Läuft schon? Servus Leute. Wir sind heute im SOC. Mit dabei ist Terence. Der Terence, Terence Voigt. Und der zeigt mir heute mal so ein bisschen wie Fußballer trainieren. Ich freue mich auf jeden Fall dir ein bisschen unter die Arme zu greifen. Ja, ich weiß nicht ob das wirklich was bringen wird, aber es geht ja nur darum, dass du einfach ein bisschen Konnektion holst und dann ready bist für den nächsten Kampf. Mal was Neues, kann man auch mal machen, gell? So sieht's aus. Aber fang mal an. Das war peinlich, warte nochmal, komm. Ja, das kann ich nicht. Ich nehm den mal kurz auf den Arm. Ja. Ah, was denkst du gerade? Ja, dann läuft die erstmal ein bisschen warm, würde ich sagen. Bisschen Laufschule. Das ist doch fein. Ja, das ist es doch, Mann. Geil. Hat dich schon mal jemand Terence genannt? Ne. Das hab ich mit Absicht gemacht. Meine deutsche Lehrerin früher. Siehst du das? Bisschen habe ich auch verletzt. Terence. Bei mir war es immer Michael. Der Michael. Dann gehen wir auf die Torlinie. Heißen wir Torlinie zum 16er, was es hier ist. Zurück immer wieder zur Torlinie, zur Mittellinie. Zurück. Zum anderen 16er zurück. Zur Torlinie und zurück. Das ein Durchgang nochmal 20 Mal. Top. Das dauert. Der 20er Durchgang war schon anstrengend, oder? Am Anfang war es gut. Jetzt am Ende war es so ein bisschen. Das ist auch nicht mein Ding. Du machst das auf dem ganzen Feld. Ja, ja. Aber das ist auch nicht mein Ding. Bruder, dafür bin ich auch nicht gemacht, kann ich dir sagen. Ja, ja. Fang. Du lenkst zur Mittellinie, drehst dich um, ich spiele den Ball. Du haust auf. Als Sprint? Na klar. Sprint. Ich habe einfach keine Ahnung, was ich hier mache. Ah, top. Der ist bereit, der Junge. Der ist bereit. Der ist wie ich, ne? Da geht es nur um Kraft und Genauigkeit. Ja. Der ist zum Wünschen übrig. Aber der Typ ist exklusiv, muss man wohl nicht sagen. Das ist warm. Beim Boxen, man macht sehr wenig Pause. Wirklich. Egal was du machst, immer nur eine Minute höchstens. Ja, eineinhalb Stunden lang. Dann immer Vollgas messen. Und dann ist mal eine Minute höchstens. Pause und dann geht es direkt weiter. Welch Herzkuss? Gelb, Rot, Grün. Ja. Oh, fuck you. Und geht. Und mach ihn! Eier. Grün, Gelb. Oh, fuck you. Boah. Super. Der ist ein Gegner. Ja. Oh, Mann. Lass uns checken. Ja. Ja. Der Roman macht kein Fußballtraining gerade. Der chillt gerade. Okay. Rot, Gelb, Orange. Boah. Ganz schwierig für Roman. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wird schwierig. Eigentlich knallt alles rein. Ja, wirklich. Soll ich sagen. Oder? Noch eine Übung. Werden einfach alle hoch und sagt eine Farbe. Du musst dich haben. Ich sag, das klappt. Schön. Ey, ich sag, das klappt. Das ist der Roman Test. Wenn er die Farbe fängt, die ich sage, dann sieht es schwer aus für Roman. Okay, gut. Bist du bereit? Ja. Das ist so hinzu. Okay. Lila. Top. Sieht schwer aus für Roman. Okay, also für alle Lautern-Fans und alle aus Lautern-Umgebungen. Supported ihn auf seinem YouTube-Channel. Michael Seitz. Hast du hier einen Jungen aus der Region? Einen lokalen Matadoren, der jetzt bald einen wichtigen Kampf vor sich hat. Deswegen wäre es cool, wenn da einfach viele Unterstützung kommen würde. Servus Leute. Wir sind am Barbarotterhof. Da holen wir meinen Sparringspartner ab, den Roman Gorst. Und von dort aus fahren wir dann halt zu uns ins Gym und machen ein paar Runden Sparring. Ja, komm ruhig. Such den Roman Gorst. Ja, der ist gerade einmal hier die Treppe hoch im ersten Stock. Okay. Top, Dankeschön. Guten Morgen. Alles klar bei dir? Alles gut. Bei dir? Ja, so weit, du hast geschlafen. Gut. Tommy, das ist der Roman Gorst. Hi. Mein Sparringspartner, auch sehr guter Boxer. Sehr sympathischer Kerl. Danke, kann ich nur zurückgehen. Wir verstehen uns. Ey, die Zimmer sind hier richtig. Echt cool, ja? Ja. Kann man es echt aushalten. Waren jetzt entspannte Tage. Zumindest im Hotel dann. Die Bank hat das immer organisiert, dass das Dirk dann hier ist. Das war schon immer cool. Du warst eigentlich, Gott geschmeckt gleich bei der Barge und so. Ja, ja. Und dann direkt los. Ja, schon geil. Hast auch einen kleinen Fitnessbereich, hier hast eine Sauna. Also so zwischen den Einheiten, echt cool. Tschau. Tschau, danke. Du haust einmal vorbei, hast du hier Verletzung oder was? Ja. Dann auch hier mit deinen coolen Daumen und so. Gehört dazu, oder? Ja, aber meistens meintest du gar nicht. Das tut mir total vernachlässiger, weil man so denkt, das bringt nichts. Ja, ja. Du regenerierst ein bisschen schneller, ne? Ja, klar. Sexy Leggings-Time. Baselgings. Tiefschutz Leggings. Was Bequemeres gibt es eigentlich gar nicht drin. Immer noch täuscht, aber wie? Ich sag da zwar nichts. Weißt du, was geheim Waffe ist? An der Latte mit mir ein bisschen trocken machen. Da liegt eine tote Maus drin. Wie fühlst du dich eigentlich so kurz vor dem Kampf? Eigentlich ganz gut. Ich hab gut trainiert. Deshalb weiß ich auch, dass ich mir in der Kondition eigentlich keine Zeit Sorge machen muss. Und das ist schon die halbe Miete. Wenn ich weiß, dass ich volle Distanz gehen kann. Außerdem ist man ja froh, wenn der Kampf ist. Ja, genau. Weil das Training meistens härter ist, wie der eigentliche Kampf. Ist die Woche gerade 50 Runde Sparling gemacht mit so einem Monster wie der Roman. Wie schätzt du Michael seine Fitness ein? Ist gut drauf. Michael ist echt gut drauf. Ist gut vorbereitet. Ist in einer guten Form. Könnt ihr euch auf einen coolen Kampf freuen. Was ist mit dir? Nervosität drauf oder runter, wenn du jetzt die Entwicklung siehst? Nervosität nicht, äh, gesunde Anspannung. Ist ja ganz normal. Wird schlimm, wenn es nicht so wäre. Aber ich bin jetzt auch froh, wenn der Kampf endlich ist. Dass mir, äh, äh, der Lohn für die ganze Arbeit auch kommt. Ich freu mich auch drauf. Weil ich weiß, dass er gute Performance abliefert. Und wir nachher ein bisschen feiern können. Jetzt hab ich das letzte Mal am Ende. Rufe. Rufe. Geil. Es macht halt Spaß, weil du hast einen, der genauso schwer ist wie du, ne? Ich sag ja mal, das geht nicht. Das ist unheimlich anstrengend. Aber der steht hier. Ja klar. Der tobt sich dann aus. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und der macht runter. Ja, ja. Du kriegst einen und gibst zwei. Was ist das Erste, dass du nach dem Kampf essen wirst? Puh, schwer zu sagen. Es gibt so vieles. Es gibt einfach zu vieles. Burger, Pizza. Boah. Es gibt Lasagne. Die ersten drei, vier Tage für verschreien. Was nur geht. Aber dann, hör ich auf. Und es hat genau das gleiche Thema. Ja, genau. Wie der Biggest Loser. Staffel 2. Nächster Tag im Mai. Vorbereitung beginnt im April. Marke und Salz. 115 Kilo. So, gerade an Thomas. Hinter dem Tod, dass du nicht siehst. Hast du gesehen? Ich hab's gesehen. Ja, ich hab's gesehen. Also, bitte gehen raus. Und Roman. Der wird schwer haben. Der wird schwer haben. Also, weiter.